Kämpft wacke oder sterbt. Okay. Schwer ist zerbakt. Wir spielen letztes Mal in diesem Jahr Skyrim. Die Soldaten der Armee glifzern wie frisch gefallener Schnee. Damit wir müssen reden. Über die Frieden müssen wir reden. Er ist nicht hier. Habe ich meine Waffe verloren? Oder warum renne ich sie rum? Meine Angst. Wir kriegen bestimmt wieder Hasenfleisch. Ich kann es schon nicht mehr riechen. Ihr wolltet lieber auf dem Feld arbeiten. Ich nicht. Die Soldaten müssten wir hier irgendwie... Sie sind Ulfried... Ja, ja, okay. Da müssen wir... Auf geht's in den Kampf, würde ich sagen. Das sah zumindest schon so aus wie in der letzte Schlacht. Mal schauen... Vielleicht schaffen wir es heute. Ulfried Sturm hat sich auf den Thron zu riefen. ... ... Wo war nochmal die Sprint-Taste? Hier nicht, dass die langsam geht, hast du... Wenn das Spiel lange nicht mehr spielt, dann kann man sowas mal verwechseln, vergessen. Wir sind gleich da. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir runter müssen, aber die Map nachzuurteilen müssen wir runter. Sieht schon sehr richtig aus. Jep. On my way. Ich sehe, wurde schon gekämpft. Ich stelle meinen Fertig ab. Ich nehme jetzt mal einen Speer und erkläre, was er will. Das ist unsere Stunde, Männer. Zeit, diese Stadt einzunehmen. Heute soll unser Feind unsere ganze Entschlossenheit, unseren vollen Zorn und unsere Begeisterung für die gerechte Sache zu spüren bekommen. Die Götter blicken auf uns. Die Geister unserer Vorfahren regen sich. Und fürchtet weder Schmerz noch Dunkelheit. Denn Sovengarde wartet auf die, die mit ihren Waffen in der Hand und mit Mut im Herzen sterben. Jetzt kämen wir uns zu Schloss Elend durch, um der Armee selbst den Kopf abzuschlagen. Und in diesem Moment werden die Götter herabschauen und Himmelsrand so sehen, wie es sein sollte. Voller Nord, die mächtig, stark und frei sind. Macht euch bereit! Alle mir nah! Auf sie mit Gebrüll. Für die Sohne und Töchter von Himmelsrand! Ich muss hier mal schnell mal speichern. Schnell speichern. Öffn das Tor. Was war das? Jetzt gehört ihr mir! Ich brenne! Ja! Steh doch nicht im Weg! Vielleicht die Barrikaden wieder. Ich darf ja nicht mehr anerst. Ich darf ja nicht mehr anerst. Der hat ja schon besiegt. supuesto so. vorbei, Pyren. Ich kann ihnen alles entkommen. Beide harin zu leben, um eine Bisse wiltanzepartement zu stehen. Ich werde ein Bumschutz noch aus. die lud aus mit vier fünf mann in stadt stürmen ja das ist ein bisschen zurückgehen man ist ein heilung Herr trinkt ja mal glaube ich nicht mit dabei warum auch ich fahrt mal hier ein bisschen obwohl so schwecken das ja nicht sein die finale schlacht ziemlich leicht ok da kommt was versteckt ihr euch da okay wer war das ich war das nicht muss hier mal rein ich bin ja vielleicht oder was der von denen ist ja auch noch ein drachenblut ich bin durch die tür schlagen die kommen nach hier kommt noch ein vansetter das ist einer von uns das ist unspannend wenn die sich hier verstecken wir sind doch nicht verloren das finde ich so gut sichert die tür schon passiert Ulfric hört auf wir brauchen das kaiserreich um zu verhindern dass das himmelsrand an den bund fällt und was wollt ihr machen wir sind wegen des generals hier er hat aufgegeben ich jedoch nicht es steht euch frei zu gehen es steht mir außerdem frei hierzu bleiben wir sind uns beschäftigt ich gehe mal los ich gehe mal los verändern ich gehe mal los wie ich hoffe ich veröffentliche es aus Das war klar. Stärkt. Genug. Eure Reise endet. Noch wisst, welche letzten Worte wir vor... Ich sollte klar sein, dass Sie genau das erreichen wollten. Das wäre das, was wer wollte. Das wird euch lehren, nicht zu hintergeben. Sie sollten mir verheben. Sie sollten uns benötigte Ressourcen umzulängeln und gute Soldaten zu vergolden, um diese Rebellion niederzuschlagen. Es ist etwas mehr als nur eine Rebellion. Das wäre das. Kerselige Rüste und Kerselige Stiefel. Ach, pff, die hat nichts. Wir sind nicht die Böse. Das wird euch lehren, nicht zu hintergeben. Vielleicht nicht, aber die Sorge seid ihr auch nicht. Vielleicht habt ihr recht. Das wird euch lehren, nicht zu hintergeben. Und wenn ich mich ergebe, das wäre das. Das Kaiserreich an das ich mich erinnere. Das wird euch lehren, nicht zu hintergeben. Okay. Wir haben was verpacht. Reich ist tot. Und ihr seist es nicht. Wir uns. Tötet ihn einfach, dann haben wir es hinter uns. Das wäre das. Kommt, ganz. Das wird euch lehren, nicht zu hintergeben. Wo bleibt euer Sinn für das Dramatische? Bei den Körnchen. Erkenntnis töten. Wenn ihr das Ende für eine verfruchtete Geschichte wollt, dann sollte das Drachenblut es tun. Das wird lehren, nicht zu hintergeben. Nun, Drachenblut. Was sagt ihr? Wollt ihr die Ehre? Und da habe ich genug getötet, dass ihr ihre Gehörte mit euch mit ihnen mit Freude umbringt. Richtig in der Reizung. Wie groß. Ich werde das so machen. Es ist vollbrach. Er hält schon eine Messe aus. Jetzt wäre wohl die Zeit für eine kleine Rede. Ich trommle die Männer im Hof zusammen. Und Elisif? Macht euch ihretwegen keine Sorgen. Ich habe meine besten Männer auf sie angesetzt. Sturmkrieg. Ich möchte euch mein Schwert geben. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Warst du das nicht schon? Also dann. Die Männer werden eine Räder braten. Werdet ihr mir zur Seite stehen. Ich möchte euch ehren, Drachen. Den treuesten Kämpfer der Sturmwände. Sehr gut. Kommt. Die Leute warten auf uns. Richtig zuführend, was nicht kann. Käseleherz. Warum habe ich den mit dabei? Ähm. Ich trage immer noch zu viel. Das Stahlschwert. Das Stahlschwert. Mein Hass auf das Kaiserreich wird nur noch von meinem Hass auf ihre hexerischen Elfen hinter Männern überfordert. Was hat der mächtige Gellmer ständlos nun vor? Ach. Ulfic hat mich beauftragt, die neuen Jarls zu überwachen. Ich soll dafür sorgen, dass sie ihre Befehle befolgen. Ich kann nicht behaupten, das Kaiserreich wird vermutlich einige Soldaten losschicken. Prüfen, wie ernst es uns ist. Und natürlich werden wir schon bald eine Offensive gegen die Elfen begeben. Passt dort draußen auf euch auf. Und so gebe ich euch nun Ulfric Sturmmantel, Held des Volkes, Befreier und Großkönig von Himmelsrand. Und jetzt ihn töten und den Tron übernehmen. Und an meiner Seite ist die Frau. Die wir Sturmklinge nennen. Und die die Welt als Drachenblut kennt. Und tatsächlich gibt es viele, die uns Helden nennen. Aber ihr alle seid die wahren Helden. Ihr habt ein sterbendes Kaiserreich besiegt. Das seine Klauen in unser Land geschlagen und versucht hatte, uns mit in den Abgrund zu ziehen. Ihr habt die Talmor und ihre Marionetten bekämpft. Die uns unsere Götter und ihre Erbe versagen. Ihr habt eure Stammesgeschwister bekämpft. Die unsere Sache nicht verstanden haben. Und nicht bereit waren, den preisloseren Freiheit zu zahlen. Okay, danke, dass du da bist. Ihr habt für Himmelsrand gekämpft. Für das Recht unserer alten Klauen selbst auszufechten. Um unseren Ruf und Klauen traditionen wieder aufnehmen zu lassen. Um über unsere Zukunft selbst zu bestimmen. Bis spät dran, Lydia. Und darum kann ich den Umhang des Großkönigs nicht annehmen. Diesen Titel werde ich erst dann annehmen, wenn die Volksversammlung ihn mir verleiht. Und was ist mit Lady Elisif? Ja, was ist mit Lady Elisif? Wird sie ihren persönlichen Hass auf mich, ihre fehlgeleitete Liebe zum Kaiser und seinem Geld beiseite schieben? Um das Leid unseres Volkes zu beenden? Wird sie anerkennen, dass wir Nord es sind, die die Zukunft Himmelsrands beschrieben werden? Wird sie mir lehens Treue geloben, damit alle wissen, dass zwischen uns Frieden herrscht und ein neuer Tag angebrochen ist? Das will ich. Dann ist es abgemacht. Der Jarl wird weiter über Einsamkeit herrschen. Und ich werde hier Truppen stationieren, um die kaiserlichen Versuche abzuwehren, die Stadt zurückzuerobern. Und wenn es soweit ist, wird die Volksversammlung zusammentreten, und eine endgültige Entscheidung über Anspruch und Titel des Großkönigs fallen. Es gibt viel zu tun. Und ich brauche jeden fähigen Mann und jede fähige Frau, die sich der Sache Himmelsrands beschrieben haben. Eine große Dunkelheit breitet sich aus. Und bald werden wir zum Kampf gerufen werden. Hier oder anderswo. Der Altmeribund mag das Kaiserreich besiegt haben. Aber Himmelsrand hat er noch lange nicht besiegt. Ohne... Wie war ich? Gar nicht mal so schlecht. Nette Geste mit dem Großkönig. Dankeschön dich auch. Was? Deine Selbstverständlichkeit, wisst ihr? Ja, ich weiß. Die Kaiserlichen werden uns keine Ruhe lassen. Sie haben immer noch Lager in den Hügeln. Sie werden uns weiter angreifen, bei jeder Gelegenheit. Ich fürchte mich nicht vor den Überblaufseln der Armee. Mit der Zeit werden sie alle aufgehen und nach Hause gehen. Was ich fürchte ist, dass die Talmor unseren Sieg hier sehen. Und unseren Küsten größere Aufmerksamkeit widmen werden. Wir müssen uns... Und das hätten wir natürlich ohne euch nicht geschafft. Mögen die Götter euch schützen. Mögen die Götter uns schützen. Kommt, Galmar. Vor uns liegt noch viel Arbeit. Okay. Glückwunsch. Ich folge dann meinem König. Oder nicht. Manchmal glaube ich nicht, dass... Nein, ihr werdet in der Welt da draußen dringender gebraucht. Wohin euer Weg euch auch führen mag. Als wahre Tochter Himmelsrands werdet ihr wissen, was zu tun ist. Tötet zunächst einmal jeden Soldaten, auf den ihr in der Wildnis stoßt. Einigen Berichten zufolge sollen sie dort draußen versteckte Militärlager haben. Passt dort draußen auf euch auf. Wir haben es geschafft. Wir haben es nicht zweimal überlegen, wenn sie wiederkommen. Das ist mal sicher. Jetzt kaufe ich für Evel-Spiel uns in dem Türken. Für eine Weile wird Frieden herrschen. In dieser Zeit müssen wir Himmelsrand wieder zu dem machen, was es einmal war. Stark. Selbstbewusst. Den Mittelpunkt der Menschheit. Weil das Verjagen des Kaiserreichs nur die eine Hälfte des Problems darstellte. Bald werden die Elfen wieder versuchen, die Welt zu beherrschen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, sie zu bekämpfen. Denn Himmelsrand wird Tamriel in den dunklen Tagen anfühlen, wenn sich das Schicksal der Welt endgültig erfüllt. Nein, noch nicht. Wir warten darauf, dass mich die Volksversammlung zum Großkönig ernennt. So wird es für alle besser sein. Aber ich kann schon einmal damit anfangen, als solcher zu handeln. Es gibt viel zu tun. Die neuen Jarl brauchen Hilfe beim Aufbau ihrer Armeen und beim Durchsetzen ihrer Herrscherrechte. Das Kaiserreich wird vielleicht versuchen, Himmelsrand zurückzuerobern. Darauf müssen wir alle vorbereiten sein. Ich darf ihn noch nicht auf dem Thron sehen. Doch die größte Bedrohung stellen natürlich die Elfen dar. In jeder Stadt regieren wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand. Und die kaiserliche Armee ist führungslos, nachdem wir General Tullius selbst getötet haben. Was könnte ich mehr von euch verlangen? Nein, ihr seid frei, uns zu verlassen. Ich glaube, die Götter brauchen euch anrufen. Allerdings haben sich einige der standhaftesten Männer der Armee zusammengefunden und operieren von verborgenen Militärladern in der Wildnisreis. Wenn ihr auf euren Reisen Angehörigen des Kaiservolkes begegnet, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Sehr spannende Musik für so ein Gespräch. Ich will mal folgen und sehen, wo ihr hingeht. Verpufft wahrscheinlich irgendwann. Und dann bleibt stehen. Und ich gehe noch ein bisschen spazieren hier. Durch Einsamkeit. Das war wohl die finale Schlacht. Und geht jetzt hier durchs Hinterhof. Durch den Hinterhof. Und jetzt von einem verbliebenen, zum Glück bin ich hier. Ich bin hier noch irgendjemand, irgendein einzelner verbliebener, kaiserlicher Wacher. Hier noch im Hinterhof. Der nimmt sich keine Leid gerade mit. Keiner spaziert einfach durch den Hintergasser der Stadt. Das ist der neue König. Das ist der große König. Spaziert durch den Hinterhof. Da hinten steht die Armee. Die macht auch nichts. Der nächste Kumpel also, der holt sich keinen einzigen. Geht erst mal spazieren. Der trägt nachher. Auf größeren Wegen, auf der richtigen Wege. Der richtigen Sein Thronzau. Ist nicht, oder? Das war aber richtig, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwie nach... ...dor wo wir jetzt hin... Das Wissen der Alten, ja, das ist das wieder... Da kam ich irgendwie nicht weiter, deswegen haben wir das jetzt mal gelassen. Das ist ja noch eine Quest, die wir irgendwann mal machen könnten. Und einige Nebenquests, die wir hier noch haben. Da kam ich in dieser Tür und bin nicht weiter. Das war mir ein bisschen zu... ...leitwürdig. Aber das Wichtigste haben wir jetzt hier geschafft. Wir haben die... ...den Mistrand gerettet. Ich würde es gerne gebührend feiern mit einem... ...mit dem... ...den Großkönig... ...in seinem Fluss. Der Fluss klingt aber komisch hier. Jetzt hier wahrscheinlich zu der... ...zu der Halle der König gehen würden. Wo fahren wir denn hier? In der Winterfestung. Ich würde ihn da wieder sehen. Und er läuft jetzt zu Fluss nach... ...winterfestung. Soious, der Fluss seht hier. Objektiv ist... ...möglichuer sein... ...zu der Fluss. ...zu der Fluss! ...der Fluss. Ich denke, wir haben ihn auf den Feld. Ich begleite euch mein König Ihr bleibt jetzt hier oder was? Ich gebe euch meine König So war das so war denn das Die von Winterfeste Insofern geht der doch um warum wie so ein Dead of Sand Festung gehabt Ich glaube, das ist hier irgendwo. Das wird dir jetzt... Wo wird er jetzt sein? Blast der Könige Das wird es doch sein, oder nicht? Der Kaiser möchte Himmelsrand in eine Marionette des Bundes verwandeln. Ich für meinen Teil habe nicht vor zur Belustigung dieser elenden Elfen zu tanzen. Machen wir nochmal auf zwei händisch. Nach einer Zeit kommen wir nicht dazu, kommen wir nicht auf die Idee mal zu leveln. Jetzt können wir eigentlich essen. Ich werde jetzt nur versucht hat, die Essen zu klauen. Dann gab es großen Ärger. Die Telefon ist eigentlich unheilter. Hätte ich früher geworben können. Eine leere Tafel. Ich muss jetzt hier nochmal proben. Ich muss jetzt hier nochmal proben. Denen, dem ich vertrauen kann. Der Kaiser möchte Himmelsrand in eine Marionette des Bundes verwandeln. Ich für meinen Teil habe nicht vor zur Belustigung dieser elenden Elfen zu tanzen. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Dankeschön. Kürzt! Schösslich! Dann gehe ich auch. Dann würde ich mal... ... ... ... ... ... ... ... nach weislauf dann machen wir uns wieder heimlich in unser Haus, im Riesenheim das ist alles wieder in Ordnung das Typ steht immer da der Prediger habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben die Jäger aufrufen es ist schön, euch wiederzusehen, Freunde mit dem Jahr haben wir schon über die Bombe geredet nachdem wir Weislauf in den Karten noch mal kurz nach Einsamkeit da hat er sich dort auf dem Tum gesetzt hoffentlich bin wir mit der neuen Jarlin mit der neuen Jarlin und das Feuer wurde beseitigt ich habe Lachs zu verkaufen so können hier wieder die Leute verhindert werden hier seht aus, als könntet ihr einen Räuf von Abflüggebrauch auf dem Tum hier 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 Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Der Tempel der Glücklichen. Hier waren wir auch noch nicht. Nicht wirklich. Was gibt's? Halt entfernt. Das eine Goldstück. Schloss Elend. Da dürfen wir wohl nicht rein. Das finde ich aber schade. Ja. Ja. Wir sind jetzt an das Blaus. Ich denke, es gibt einen. Eine Jammer, dass die Rock 4 vor unserem Eintreffen hingerichtet haben. Ah ja. Na dann. Wäre doch alles getan. Aus das Wissen der Alten, das können wir die Fährten, die Hauptquests könnten wir noch machen, aber ja, da kam ich, wie gesagt, nicht weiter. Schriftrollen der Alten, da war irgendwie eine verschlossene Tür, wo ich dann nicht wusste, wie es weiterging. Tja. Nämlich das Rand ist befreit, vom Käserlichen. Dank ihr hier. Und dank ihr hier. Naja, obwohl, ähm, ja, ne, Lydia hat ihr Bestes gefahren. Stimmt, sie hat auch mitgeimpft. Weil er eigentlich am Ende der letzten Schlacht war so. Naja. Kam es jetzt zu spät, aber Nun was so ist. Und hier können wir nochmal das Die Marustlichter Betrachten. Und der Stadteinsamkeit. Was ist ein schönes Bild zum Abschluss? Tja. Unfried Sturmband sitzt jetzt auf dem Thron. Happy End. Happy End. Mua. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020